Zu sehen, wie Crowdfunding-Projekte entstehen, wachsen und am Ende tatsächlich in die Produktion gehen, ist immer toll. Das Lifepack von SoulGuard ist eines von diesen Projekten. Stylish, praktisch und innovativ, so würde ich das Lifepack bezeichnen. Ein Rucksack, der neben Reißverschluss und Handiefach noch einiges mehr zu bieten hat und sich als echter Smartphone-Retter in der Not erweist. Wieso das so ist? TechLove zeigt es euch. In Grau oder Schwarz hat das Lifepack neben einem echten Killer-Feature, zu dem wir gleich kommen, auch noch andere wichtige Eigenschaften, welche vielen herkömmlichen Rucksäcken fehlen. Neben einem sehr angenehmen Tragekomfort bietet es vor allem viele Fächer für unterschiedlichste Dinge. Klingt simpel? Ist es auch. Ob praktischer Flaschenhalter mit Gummizug Kartenfach in den Trägern oder Passfächer im unteren Rückenbereich. Nach dem Prinzip Party in the Front, Business in the Back könnt ihr in die vordere sogenannte Lifezone Accessoires wie Socken, Gürtel, Zahnbürsten oder eine Sonnenbrille verstauen. Letztere wird übrigens als kleines Gimmick mitgeliefert. In der Workzone, dem großen hinteren Fach, finden euer Notebook, Handy, Tablet oder Kabel und Bücher Platz. Herzstück des Lifepack ist aber die SolarPack, mit welcher ihr vor allem eure technischen Gerätschaften aufladen könnt. Eine 11.000 mAh Battery Bank versteckt im Rucksack, welche sich dank Solarpanel von selbst laden kann und das sogar im Winter ohne knallende Sonne. Im Nebenfach versteckt sich zusätzlich ein USB-Port, welcher mit der Powerbank verbunden ist. Hier lässt sich dann euer Smartphone anschließen und aufladen. Aktuelle Smartphones lassen sich mit einer vollen Akkuladung ca. 6x laden. Lädt sich der Akku in der Sonne mindestens 4 Stunden auf, steht euch ca. eine Smartphone-Tankfüllung zur Verfügung. Über einen kleinen Button auf der Rückseite checkt ihr den Batteriestand. Aber das war noch nicht alles. Die Solar Bank kann noch mehr. Wer unterwegs nicht nur laden, sondern auch beim Abhängen in der Stadt oder am See Musik hören will, der darf sich über die integrierten Bluetooth-Speaker freuen. Die Qualität der Lautsprecher ist dabei wirklich nicht übel und laut genug auch für die Stadt. Insgesamt kommt das kleine Ding auf mehr als 90 Stunden Wiedergabezeit, sofern der Akku voll geladen ist. Natürlich ist ein Rucksack mit eingebautem Speaker, Powerbank und beladen mit Notebook und Smartphone begehrtes Diebesgut. Daher hat sich der Erfinder ein praktisches Feature einfallen lassen. Dank des Integrated Lock könnt ihr euren Rucksack im Café, an der Haltestelle oder wo es eben sonst nötig ist, an die Leine legen. Im Blick behalten solltet ihr das Lifepack natürlich trotzdem. An dieser Stelle ist jedoch auch ein Minuspunkt zu nennen. Das Sicherheitskabel zieht sich nicht wieder von selbst zurück und muss friemelig in die Vorrichtung zurückgestopft werden. Praktisch ist außerdem das unterm Rucksack eingebaute Regencape, welches sich mit wenigen Handgriffen über das Lifepack stülpen lässt und so die teure Technik von Nässe schützt. Mit dem Lifepack habe ich den perfekten Begleiter für unterwegs gefunden. Ob in der Uni, auf der Arbeit oder in der Freizeit. Die zur Verfügung stehenden intelligenten Fächer sind super und bringen Ordnung in die Karten- und Kabelvielfalt. Das Solarpanel ist meiner Meinung nach geschickt integriert und nicht zu auffällig. Klar, es bringt ein wenig Gewicht mit sich, aber die 514 Gramm sind zu verkraften. Die gepolsterten Schultergurte und der softe Rückenbereich bieten ein sehr angenehmes Tragegefühl und sorgen dafür, dass sich das Lifepack auch nach mehreren Stunden nicht lästig anfühlt. Für rund 260 Euro ist das Lifepack aktuell über den Hersteller zu kaufen. Das ist viel Geld, kauft ihr aber einen qualitativ hochwertigen Rucksack, ein Solarpanel, Powerbank, Bluetooth-Speaker und beispielsweise einen Kensington Keylock einzeln, so landet ihr letztendlich auch bei einem Preis von mindestens 200 Euro, zumindest bei dieser Verarbeitung und Qualität. Mein Fazit, ein geniales Crowdfunding-Projekt, welches einen langen Weg hinter sich gebracht hat, am Ende aber richtig gut geworden ist. Das ist viel Geld, das ist viel Geld. Das ist viel Geld, das ist viel Geld. Untertitelung des ZDF, 2020